Ja, also auf jeden Fall das mit dem Let's Playen und so, das ist für mich alles ein bisschen kompliziert momentan wegen dem Aufnahmeprogramm, weil mein Computer nicht so viel kann, wie er sollte. Also er kann schon sehr viel, aber er ist halt ein, sagen wir mal, das ist ein Grafikcomputer mit grafischer Leistung und da hat er auch überhaupt keine Schwächen und keine Probleme. Was packe ich jetzt denn noch in die Kiste? Das ist nix und auch das Bett vielleicht. Ach, das wollte ich ja für unterwegs mitnehmen. Ach, ich will aber nicht mehr unterwegs. Ich möchte heute, da gibt's einen Bausimulator. Ja, also grafisch ist mein Computer ganz klasse, nur was Videospiele angeht, da bricht er in der Leistung, bricht er immer ein und da erbricht er sich immer. Woher haben wir eigentlich den Redstone? Achso, den habe ich mir ja in der Höhle geholt. Okay, gut, das wollte ich jetzt nur nochmal nebenbei geklärt haben. Hier kommen die Saplings hin, dann kommt hier der, kommt, kommt, kommt der, der Hanf, äh, der, äh, ne, ne, ja, hier, der Olaf, der Hanf Olaf kommt da hin. Pfeile, da mache ich mal hier einen extra Bereich für. Oder? Ne, die kommen hier hin. Alles, was man doppelt machen kann, da hin. Viecherzeug kommt da hin. Die Eimer, ja, die können ruhig da bleiben. Können wir übrigens mal wieder mitnehmen hier. Das kann ja nach oben. Da hätte ich ja unten auch noch was gehabt, das hätte ich auch noch einpacken können. Oder ich hätte mir daraus noch mehr Bücher machen. Ach, nicht noch mehr Bücher. So, wie ihr sehen könnt, kann man mit diesem Regalsystem, die ich da habe, sehr schön sortieren. Das mache ich auch, ist ja auch noch Clay drin. Ich mache es fast automatisch, dass ich mir das jetzt in diese Regale einsortiere. Ich finde, also ich persönlich, finde das super. Ich habe jetzt kein Blassen sonst, was ihr davon haltet. Ehrlich gesagt, ist es mir auch ziemlich egal. Weil es ist schon schwierig genug gewesen, das überhaupt so zu... Flint, hat mir Flint ja nicht drüben. Ja, ich wusste doch, dass wir den Flint da drüben haben. Ja, oder Flintstone. Flintstone, Flintstone. Dekoartikel, Dekoration. Oder hier so, ach, Halbsteine könnten wir alle hier hin. Eine Pressureplatte. Hat das schon wieder gemacht. Das ist einfach ein komisches Geräusch. Ich habe das Gefühl, dieses Lied läuft jetzt schon seit 5 Stunden. Oder... Weiß auch nicht. Läuft das schon seit 5 Stunden, das Lied? Ich weiß es nicht. Warte, wir nehmen mal hier, hier. Das ist schon besser. Ich habe das Gefühl, dieses Lied lief jetzt seit gefühlt 5 Stunden. Habe ich ja schon irgendwie was, als ob ich das auf Repeat gestellt gehabt oder so. Na, meinem Gequassel ist das ja sowieso egal. Dann kommen die Treppen auch hier hin, die Bilder auch. Das kommt dann auf jeden Fall hier rüber. Das ist die Regale, das gehört auch zu Dekortikeln. Der Traptor gehört auch im Prinzip dazu. Das Eisen gehört ganz woanders noch. Warum ist das Eisen drüber? Habe ich das Eisen gerade vorhin? Ja, ich habe vorhin das Eisen da reingelegt. Oh, guten Morgen. Übrigens, Advent, Advent, der Sarni brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht der Krüper vor der Tür. Eigentlich müsste ich ja sagen, Advent, Advent, der Marvin brennt. Marvin, hallo, ich bin's, der Marvin. Ja, der Marvin ist wieder. Ist da draußen kein Marvin? Doch, da unten ist Marvin. Hallo, Marvin? Ich habe dort einen Marvin gesehen. Aber wo ist Marvin? Ich bleib, das war ein Schaf. Hallöchen? Rausen ist ja gar nichts los. Kein Creeper, überhaupt nicht. Hör. Oh, trentisch wieder in diesem Pfälschen, östelisch. Die schwäsischen. Ich kann der östelisch-Axent nicht gerne maker. Ja, auch noch. Nächste ist für Sanne, Schau. Oh, kein Marvin. Das ist auch auch deprimierend. Und ich kann den ostdeutschen Akzent nicht gut nachmachen. Ich bin ja auch kein Aus- und. Die Leute die mir so, uh, kommst du auf Ostdeutschland? Ich kommst du mal so ostdeutschland. So, nein, ich komme nicht aus Ostdeutschland. Ich bin total westlich. Ich bin in Offenbacher. So, um das noch mehrfach erwähnt zu haben. Ich wohne aber nicht mehr in Offenbach. nur um das andere mal erwähnt aber dann ist mir geld wunderbar nicht mehr tut mir ja sehr leid euch enttäuschen zu müssen ja dann kann man eine restkohle hier ein wie waren das jetzt eigentlich wollte eigentlich mal wieder schweinchen killen für unsere hundis kommen wir mal wieder schweine tüten vielleicht kräft treffen wir auf dem weg noch ein creeper da ist noch so ein kacki schaf das ist aber schön aber da draußen auf jeden fall jemand dran ich renne an der auferste stelle panik du blöde spinnen sau wenn spinnen hier sind sind hier bestimmt auch irgendwo creeper aber ich sehe gerade keinen böses hühnchen böse guckende hühnchen keine wolle dankeschön das ist kuh mit mir deine pups wolle können uns vielleicht so ein pupskeppich draus basteln gib mir das hier und du gibst mir das andere auch dankeschön süßer schlüpfer wo habe ich da gerade ein creeper gesehen keine schweinchen keine schweinchen so eine verrückte asoziale drecksspinne die uns erschreckt hat krepalle kreppalle kreppalle krepple kreppt miteinander den akzent kann ich auch nicht oder ihr schaff seit den sacramento normal ja was ruft das hier wieder Ich kann auch leider kein Bayerisch. Also nur ganz schlechtes, wie man gerade gehört hat. Also hier tragen wir wirklich langsam nach und nach den Sand ab. Das wird immer hässlicher, die Ebene hier. Da müssen wir wirklich mit Erde später auffüllen. Herrschaft, wo sind die dummen Schweine? Oh, das sind Kühe. Hmm. Kühe. Ein Schweinchen. Hallo. Ach, meine, die sind so süß. Oh, was macht die Kuh da oben? Los, springen! 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 Och, es traut sich nicht. Na, komm schon! Auf jeden Fall, der mich sprengen könnte, wenn ich hier auf Springen rufe. Springen schon! Los, komm, das ist nicht so hoch. Das ist, boah, ein böses Hühnchen. Okay, dann würde ich dann auch nicht runterspringen, wenn da ein böses Hühnchen ist. Hallo. Tum, 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 tum. Das sind überhaupt keine Creeper hier. Was ist los? Brrrr. Das ist ein Glitschhühnchen. Ich habe hier auch keine Schweinchen. Aber da ist eine Höhle. Hm, eine Höhle. Oh, das ist interessant. Was fand die Gegend überhaupt? Was ist ein Schweinchen? Rauch her! Komm her, Schweinchen! Komm her, ich tu dir nix. Also, dass du jetzt... Das war eine Lüge! Das ist... Entschuldigung! Du respawnst sowieso wieder. Irgendwo anders. Da war ja noch diese andere Höhle. Jetzt mit denen keine Creepern ist mir irgendwie so respekt. Hallo! Ist jemand da unten drin? Hallo! Bla, 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 Mr. Creeper. Nein, 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 nein. Oh nein! Okay, komm nicht. Schön, dann gehe ich weiter. Nicht schön, dann gehe ich weiter. Schweinchen? Nur Blümchen. Volle färben könnten wir jetzt ja auch mal endlich. Komm, ich nehme gleich nochmal mehr rote Blumen mit. Und die mache ich... Das mache ich schön mit dem Messer. Schlitz! Ah, dann ist noch ein Schweinchen. Schlitz! Schlitz! Hat so viel Looks Like Link momentan. Das ist das einzigste Let's Place, die gerade zur Zeit... Boah, so viele Schweinchen, die gleich tot sind. Ähm, Let's Place nicht verfolgen kann, ähm, die von Looks Like Link, weil das war immer. Das ist Pflicht. Also, da gibt es gar keinen... Da gibt es gar keinen Um... Also, das komme ich nicht dazu. Ich gucke sonst echt grad nix anderes. Es tut mir sowas von entsetzlich leid. Zombie! Okay, gut, ja. Zombie-Zocker-Alsala. Muss ich mir angucken. Ach so, ein Schweinchen. Wie geht's meinem Inventar? Der ist hier voll. Okay, dann gehen wir nach Hause. Da gucke ich jetzt ab und zu nochmal rein, was der so träumt.